Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ihr seht hier, Rathaus Level 5. Endlich haben wir es geschafft. Wir haben auch gleich eine Herausforderung, eine Errungenschaft bekommen und können natürlich einiges bauen jetzt. So, fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Einfach hier hinpacken. Ich habe es leider nicht geschafft, die Lager ganz vorzumachen, aber hier in der Clamburg haben wir einiges. Und wir haben noch ein bisschen was in der Beutekarre. Also, ich denke mal schon, dass wir es schaffen. Die Zauberpuppen. Ah, warte mal. Ich mache erstmal die Sachen, die kaum Zeit brauchen, damit ich die schon mal habe. Und ja, damit ich die dann schon in eine neue Base bauen kann. Denn wir werden heute auch schon eine neue Base bauen, natürlich. Wir haben ja jetzt schon ganz viele neue Sachen dazu bekommen. Und ja, dann bauen wir mal noch weiter Mauern. Mauern, 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 Mauern. So, noch mehr Mauern und den Magier-Turm. Okay. Die Magier-Türme waren übrigens mal auch stärker. Die haben sie leider schwächer gemacht. Die haben richtig schnell geschossen und konnten dadurch natürlich sehr viele Truppen auf einmal töten. Aber, ja, die wurden leider geschwächt. Bauhütten können wir noch nicht machen. Wir haben übrigens schon fast 600 wieder drin. Dann bauen wir das hier noch. Und Verteidigung. Magier-Türme. So, und So, dann haben wir jetzt alles aufgebaut. Wir haben nichts weiteres. Und das dauert erstmal so drei Minuten. Oh, das habe ich am Ende gar nicht gebraucht. Aber egal. So, gucken wir mal kurz hier rein. Ich habe hier den Baran gestartet und den Kracher. Aber es hindert uns ja nicht dran, Angriffe zu machen. Okay, dann, glaube ich, fange ich von hier an. So. Verdammt. Ich glaube, das kriegt der Gegner nicht hin. Okay, dann machen wir mal ein Höchstdorf. Mal, warte mal. Okay, so, hin. Das ist die Mitte, oder? Ja, das ist die Mitte. Ich weiß, es ist eigentlich nicht nötig, dass so, wenn wir mal machen, aber ich mache es halt. Ich mache es eigentlich immer. So, und so, das dahin, das dahin, das dahin. Jetzt haben wir hier noch eine. Hamburg. Anono. Und dann. Ein Elixier. Und dann. Goldstein. Warte, ich mache das nochmal so. Da mache ich hier die Lager hin und die Kleidigung weiter außen hin. Ich weiß gar nicht, wie viel ich damit umrunden kann. Oh, das war zu kurz. So, ist besser. Also ich habe da noch einiges am Platz. Ah, ein Omega ist auch gerade fertig geworden. Und dann das hier hin und das hier hin. Das hier hin und das. Eine Bauhütte hier hin. So, und dann packen wir hier rein. Dann machen wir das mal so. So, und ja. Machen wir das so. Bauen wir hier zwei Bomben hin. Ja, drei Bomben hin. Und die zwei Luftbrämmen hier noch an die Ecke. So. Dann mache ich mal die Enemy-Lager hin. So. Dann mache ich dir einmal hier nochmal tie hopeful. So, das ist ja okay. Ja, das ist doch ganz in Ordnung. Die anderen Sachen dauern noch ein bisschen. Solange machen wir einmal hier die Goldmine. Und das hat jetzt natürlich alles zerschossen. Okay, ich wollte nämlich ein bisschen farmen, aber jetzt dauert das noch ewig. Ja, Niederlage. Lassen wir mal. Drei Stück dafür. Drei, vier. Und die laufen natürlich weg. Ich habe nicht drauf gedacht, aber dann kriege ich die Messerbauhütte, keine Ahnung wie es heißt. Oh Gott, wie ein Stern. Ah, Mann. Auch noch verloren. Zwei Minuten. Gucken wir mal gleich. Das hier einmal. Jetzt haben wir das einfach so ein. Wir haben ein Training freigeschaltet. Okay. Leute, das hier werde ich erst machen, wenn ich mein Rathaus verbessere. Dadurch kann ich ganz easy Loot holen. Hät 150.000 von beiden. Deshalb lasse ich das jetzt erst mal. Ach ja, Leute. Es gibt ja momentan eine Abstimmung auf meinem Kanal. Die hält jetzt noch so eine Woche etwa. Also wenn ihr das Video seht, ist Montag. Also bis zum Wochenende noch. Und ja, ihr solltet auf jeden Fall bei Clash of Clans abstimmen. Clash of Clans ist aktuell auf dem zweiten Platz. Aber ihr müsst halt aufpassen, Clash of Clans könnte abrutschen. Deshalb unbedingt Clash of Clans anklicken, damit ihr das weiter sehen könnt. Achja, gerade gestartet und dann versuchen etwas daraus zu machen. Eine Minute noch. Okay, so lange kann ich ja mal versuchen jetzt Narrengold zu machen. Ich habe es bisher nicht hingekriegt. Das lag halt daran, dass sie nicht so viele Riesen hatte. So, die ganzen Bomben wurden ausgelöst. Komm. Nein, nein, nein. Psss. Autsch. Fast alle meine Bogies sind weg. Nein. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Geht da gleich wieder nach oben, weil leider nicht mehr rankommt. Kommt schon Bogies. Geht auf den Minenwerfer. Schnell. 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 Nein. Komm. Komm. Ah, verdammt. Das ist ein bisschen was. Ich glaube wohl nicht mehr als ein Stern hier. Ich glaube wohl nicht mal einen Stern. Ne, nicht mal einen Stern. Ja, wir haben die Schnellausbildung freigeschaltet, okay. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe gerade gewartet, bis die Truppen hier fertig sind. Ich würde sagen, wir machen dann hier die Stoßfallen. Ui, 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 ui. Der doch sind Ratus draußen. Das heißt... Ich würde sagen, wir machen dann hier die Stoß. Ich würde sagen, wir machen dann hier die Stoß. Ich würde sagen, wir machen dann hier die Stoß. Da sieht man, die schießen gar nicht so schnell. Früher waren die viel schneller. Aber naja, kann man nicht ändern. Okay, 2 Sterne, bin zufrieden mit. Und einiges an Loot. So Leute, die Folge ist jetzt vorbei. Es sind schon 16 Minuten etwa. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und stimmt unbedingt bei der Abstimmung auf meinem Kanal ab. Und lasst ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.